Willkommen bei Unvergleichlich. Heute im Video Top 5 der erfolgreichsten Basketballspieler aller Zeiten. In den Vereinigten Staaten von Amerika befestigte ein junger Lehrer James Naismith 1891 zwei Obstkörbe am Balkongeländer und schlug vor, dort Fußbälle zu werfen, um den Gymnastikunterricht wiederzubeleben. Das resultierende Spiel ähnelte nur vage dem modernen Basketball. Die Spieler warfen sich einfach den Ball zu und versuchten dann, ihn in den Korb zu werfen. Die Mannschaft, die den Ring am häufigsten getroffen hat, hat gewonnen. Ein Jahr später entwickelte Naismith die ersten Regeln für das Basketballspiel. Heute ist Basketball eine der beliebtesten olympischen Sportarten. Meisterschaften im Männer- und Frauenbasketball finden auf der ganzen Welt statt. Und die besten Basketballspiele erhalten heute siebenstellige Gehälter. Es ist kaum zu glauben, aber in der 125-jährigen Geschichte des Basketballs haben hunderte legendärer Spieler in der Basketballhalle ihr Bestes gegeben. Wir präsentieren unsere Rangliste der größten Basketballspieler aller Zeiten, die nicht nur Rekordleistungen, sondern auch Erfolge im öffentlichen Leben, in der Filmindustrie und sogar im Kampf um die Menschenrechte berücksichtigt. Platz 5 Oscar Schmidt Oscar Daniel Bezerra Schmidt ist ein brasilianischer Basketballspieler, der den Weltrekord für die Anzahl der erzielten Punkte erhält. Schmidt erzielte in seiner Karriere auf Vereinsebene und in der brasilianischen Nationalmannschaft 49.703 Punkte. Zum Vergleich, NBA-Rekordhalter Karim Abdul-Jabbar hat 39.387. Oscar Schmidt ist auch der einzige Spieler in der Geschichte, der mehr als 1.000 Punkte bei den Olympischen Spielen hat. Der Brasilianer nahm an fünf Spielen in Folge teil, konnte seine Mannschaft jedoch nicht zu Medaillen führen. Bestes Ergebnis, fünfter Platz. Für seine Scharfschützenfähigkeiten wurde Schmidt die heilige Hand, in Brasilien Mao Santa genannt. Er wurde 1984 in New Jersey eingeladen, aber der Brasilianer ging nie in die NBA. Oscar wollte seinen Amateurspielerstatus nicht verlieren, um auf der internationalen Bühne für die brasilianische Nationalmannschaft spielen zu können. Platz 4 Jerry West Während seiner 14-jährigen NBA-Karriere wurde Jerry West nur einmal der Champion. Er hat weder den MVP der Saison noch den Rookie des Jahres. Dennoch ist West eine Ikone in der NBA. Der moderne Emblem des Vereins, der Dribbler, wurde Ende 1969 eingeführt. 40 Jahre später gab der Autor des Bildes, Alan Siegel, zu, dass er das Emblem basierend auf einem Foto von West erstellt hatte, das während eines der Lakers-Spiele aufgenommen wurde. Jerry West ist der erste NBA Finals Most Valuable Player. Wow, das ist unglaublich. Aber West ist der einzige in der Geschichte dieser Auszeichnung, der sie als Teil des Verliererteams erhält. Er ist auch Mitglied des 27-Plus-Clubs. Unter den pensionierten Basketballspielern erzielten nur West, Jordan, Baylor und Chamberlain durchschnittlich 27 Punkte oder mehr pro Spiel. Platz 3 Kobe Bryant Kobe Bryant hat 5 Meisterschaftsringe, einen NBA-MVP-Titel, 2 olympische Goldmedaillen und 18 All-Star-Auftritte gewonnen. Bryant ist unbestritten einer der besten angreifenden Verteidiger in der NBA-Geschichte und kommt dem legendären Michael Jordan wie kein anderer nahe. Neben zahlreichen Auszeichnungen nähert er sich Kobe im Laufe seiner Karriere unzerbrechlichen Rekorden. Bryant ist derzeit der vierthöchste Spieler in der NBA-Geschichte, 33.643 Punkte. Er besitzt auch das zweite Ergebnis in Bezug auf die in einem Spiel erzielten Punkte. 2006 schickte Kobe 81 Punkte in Torontos Corp. Nach Abschluss seiner Karriere sammelte Bryant weiterhin Basketballpreise. 2018 gewann sein Film Der Basketball einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm. Während des Filmemachens war Kobe Produzent und Drehbuchautor. Leider starb Bryant auf tragische Weise am 26. Januar 2020 bei einem Flugzeugabsturz. Cobes persönlicher Hubschrauber stürzte in der Nähe von Los Angeles ab. Weitere acht Menschen starben bei dem Absturz, darunter seine Tochter Gianna Maria, die zum Zeitpunkt des Absturzes 13 Jahre alt war. Platz 2 Michael Jordan Michael Jordan hat sicherlich den ersten Platz in dieser Rangliste verdient. Als Teil von Chicago wurde er sechsmal NBA-Champion, während er ausnahmslos als endgültiger MVP anerkannt wurde. Jordan ist fünfmaliger wertvollster Spieler nach den Ergebnissen der regulären Meisterschaft des Verbandes. Zweimaliger Olympiasieger. Er hat auch zwei Slamdunk-Contests gewonnen, NBA Defensive Player of the Year und Rookie of the Year bekommen. Es ist schwierig einen Titel zu nennen, der nicht in seiner Sammlung enthalten wäre. Es besteht kein Zweifel, dass Jordan der Spieler mit der höchsten Punktzahl in der NBA-Geschichte geworden wäre. Aber er zog sich und kehrte mehrmals zurück, nachdem er nur 15 unvollständige Spielzeiten bei der Association verbracht hatte. Jordan war fast ideal in Bezug auf Anthropometrie. Größe 198 cm, breite Schultern, dünne Taille, minimales Fett. Und gab sich 100% dem Basketball hin. Gleichzeitig verschonte er niemanden, beleidigte oft Rivalen und verspottete seine Teamkollegen, brachte sie zu Tränen und beraubte das Selbstvertrauen. Platz 1 Karim Abdul-Jabbar 1971 wurde das Milwaukee Bucks Team der Gewinner des Verbandes zum ersten und einzigen Mal in seiner Geschichte. Der wertvollste Spieler in der regulären Meisterschaft und der letzten Serie dieser Saison war der Center-Spieler Louis Alkindor. Nur wenige Basketballfans kennen Alkindor, aber wahrscheinlich hat jeder von dem legendären Karim Abdul-Jabbar gehört. Inzwischen ist dies ein und dieselbe Person. Tatsache ist, dass Alkindor am Tag nach der Meisterschaft von 1971 seinen Namen änderte und Abdul-Jabbar wurde. Noch während des Studiums konvertierte der Basketballspieler zum Islam und dieser Schritt war offenbar lange vor einer erfolgreichen Saison geplant. Der Name Louis Alkindor wurde allmählich Geschichte, während Karim Abdul-Jabbar viele Jahre lang einer der erfolgreichsten Stars der Liga wurde. Über 20 Saisons in der NBA wurde Abdul-Jabbar der beste Torschütze in der Geschichte des Verbandes. 38.387 Punkte. Wurde sechsmal als MVP der Saison anerkannt. Eine Rekordzahl. Als Teil der Bucks und Lakers wurde er sechsmal der Champion des Verbandes. Mehr als jeder andere wurde er zum All-Star-Spiel berufen. 19 Mal. Er ist auch in den Top 3 der NBA-Spieler nach Rebounds. 17.440. Und Blockshots. 3.189. Nach Abschluss seiner Karriere spielte Abdul-Jabbar in vielen Filmen und Fernsehserien mit, beteiligte sich an der Erstellung von Büchern und Comics, überwand Krebs, wurde zum US-Botschafter auf dem Gebiet der Kultur gewählt und mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Es ist erstaunlich, dass die Geschichte seines Lebens noch nicht gefilmt wurde. Hey, möchtest du mehr interessante Fakten erfahren? Dann abonniere den Kanal und klicke auf die Glocke. Zusammen mit Unvergleichlich verpasst du kein wichtiges Detail, das in der Welt passiert. Bis zum nächsten Mal.